Hallo zusammen, heute haben wir den zweiten Dreitag hinter uns. Es ist super gelaufen, ist dann ziemlich vorwärts gekommen, aber leider spielt das Wetter nicht so mit. Hoffentlich ist das Wetter zunächst mal schöner, dass wir alles zu sehen haben und drehen können. Obwohl wir nicht so viel drehen konnten, schaut euch weiterhin auf unserer Facebook-Seite an. Und nehmt mir schon ein Like. Ciao, ciao! Tschüss!